hey leute und herzlich willkommen zurück zu let's play ww mit den youtuber projekt mit der verrückten und immer sich drehenden novi so wir waren der letzten tschuldigung also ich kenne sie doch mittlerweile so wir haben die letzte aufgabe abgeschlossen und jetzt müssen wir so abgeben im haus die nur wie es bestimmt schon drin oder beim hauptmann rucksack weil die ist schon wieder ein level up ach der haupt vor dir ein bisschen fehlt mir noch da muss ich ein bisschen was kräutern so jetzt müssen wir eine stadt hier wohnt grau mene kann da sein ist das nicht seine stadt und ich muss dazu sagen wenn ich gut ich mindestens wenn zweiten monitors und aufnimmt sie ist das sowieso aber wenn ich hier auf aufnehmen drücke leuchtet die elgato erstmal schön rot ich hoffe einfach immer dass es immer funktioniert und guckt aufnahme gemacht hat er bei shortcut tasten aber eigentlich passiert das immer so doch aber das ist bei mir auch schon ewig her ja ich habe mal morgen hoch gespät einfach um es gesehen zu haben ja ich hole mal ein paar du darfst töten das habe ich alle einmal angehittet brauchst du nur binden dann fallen sie schon um siehst du ja ich komme gar nicht wirklich dazu und level up das habe ich tunke dann gibt es mir schon wieder neu jawohl sowieso glaube ich jede menge warte die hole ich uns ja hier ist ja noch ein bisschen leiser machen ja weil ich kann mir jetzt mittlerweile ich habe das so geändert dass er den sound dass ich nicht immer einstellen muss von spiel zu spiel er nimmt direkt den sound auf den ich auch auf die boxen höre mit der lautstärke also wenn es für mich gut ist dann muss es auch für die zuschauer gut sein okay ich habe es ja so eingestellt dass es fest ist und ich das spiel halt an dann anpassen ja und dann ist es einfach eine feste einstellung so die box kann ich ja lauter leiser machen also es ist effektiv so dass jedes spiel was ich spiele wird einmal eingestellt und dann habe ich immer die richtige einstellung video ich verstehe nicht disco zeigt mir das hier an im spiel aber bei scum nicht ne also da wird es mir nicht angezeigt das verstehe ich nicht gut wenn er vielleicht 20 leute drin sind ist das nicht ein bisschen auch zu viel ein so und wie ist der erste rate ich habe noch gar nichts gemacht ich will ich bin vor zwei wochen level 120 gewonnen habe ich ihn einfach stehen und liegen gelassen oh also ja ja jetzt am mittwoch auch nrc komplett gemacht und schon einen hc ok nee zwei hc bosse ähm und ja jetzt ist halt hc dran der rate gefällt mir sehr gut ist mal auch wieder was anderes es gibt wieder so ähm naja neue boss taktiken einmal schon bei der mutter ja aber es kommen halt auch gerade wieder so ein paar alte die man zum beispiel in axramas hatte wie der hegen dance sowas ist zum beispiel auch wieder mal mit drin was es ja auch lange nicht gab mit sehr viel mit movement ist ok ja dann beim end boss ähm dann muss man immer so parallel zum fight äh sphäre zum beispiel in so eine ja so eine kapsel in so eine öffnung bekommen immer zwei spieler zusammenarbeiten also es ist sehr cool gemacht es gibt viel schönes neues und ähm macht absolut spaß zu raiden ich muss langsam mir auch mal einen schag kippen aber derzeit habe ich will derzeit machen wir das camp einfach derzeit bisschen mehr spaß naja man soll ja auch spielen was spaß macht ja und vor allem es ging mir auf den keks das sofort los und jetzt soll ja schon wieder gleich bald der nächste patch raus kommen ne und dann kommt dann soll es auch schon direkt weiter gehen da kommst du ja gar nicht hinterher irgendwie dich hinterher zu equipen oder so derzeit finde ich na was du jetzt natürlich hast du LFRs draußen da kannst du dich mit pfiffen wie bitte LFRs draußen ok ja das stimmt da kriegst du natürlich klar 43 müsste da droppen und das ist ja das äh äh naja was du brauchst und mitgenommen zu werden ja 330 grenze andere sind ein bisschen höher jetzt inzwischen angesiedelt weil die wahrscheinlich HC gehen ja die ist schon höher ähm oder weil halt HC eh machbar ist auch immer deswegen ja ich muss sowieso gucken ich bin ja ich war nicht mal in den dritten land in diesen wüstenland war ich gar nicht ne ich bin oben wo du dann zu dieser schildkröte wanderst ne in äh wie ist das na du weißt wo ich meine genau da bin ich ja level 120 geworden also ich hab das ganze land noch gar nicht gemacht ich mach das jetzt wahrscheinlich in live streamen fertig weil das let's play sollte halt soweit gehen dass du alles soweit hast einmal gesehen hast die ganzen quest in jeden land soweit werde ich das machen und dann kann ich ihn mir ja mal offline mal immer so equipen ohne dass ich gezogener weise aufnehmen muss ne ja ja gut äh also mit dem mage da habe ich ja auch durchgezogen da fehlt mir auch ein gebiet was ich gar nicht gesehen habe das quest ich jetzt grad nach und der parley der ist ja noch nicht noch 120 der hat ja noch ein bisschen zeit dafür noch zwei level ok mit dem raide ich ja auch nicht und das ist ja der mit dem ich wirklich ganz genau meine let's plays mache ja und die ganzen quests lese und alles genau durchgehe für eben die zuschauer und vielleicht selber auch gerne einmal immer so komplett machen was ich ja extra mit dem mage ausgelassen habe um raid gehen zu können helfe ich bin schon da ich bin schon da rette deinen heiler dem es gar nicht mal so schlecht geht warum greift der eigentlich denn nicht an hast du nicht auf die uhr guckt ich glaube es war 37 kann das sein wie weit bis jetzt schon runter so eine kurze so eine gute nacht let's play folge also die ich mal gucke die sind auch so zwischen 14 und 20 minuten immer so sind wir denn da sind wir noch so liebe leute und also ist das hier unten stimmt ich habe gar keine parla bubble ich bin ein ruide junge frau ach stimmt ja ich mich auch vorher noch heilen können stimmt jetzt ist ja schon wieder weg hoffentlich kommt er wieder zurück hier liegt nur lot go gott free ich kann es auch nicht abbrechen weil ich nicht weiß wo es weitergeht ich bin hier unten ich stehe an diesem schiff du hast es wieder kaputt gemacht verstehe ich nicht in instanzen machen sie das immer naja genau das ist dann für alle weiter ja ja wo ist er denn wir fliegen noch wahrscheinlich kommt er wieder aber nicht fertig ach so ihr fliegt noch dann hat sie nämlich nicht dich mitgenommen sondern den typen oh man letztes mal bricht sie die videos ab wo es nicht klappt jetzt macht sie die questgeber kaputt entführt sie sie naja mir wird das frage ausrufe fragezeichen schon angezeigt aber auch die ganze zeit schon hier gebe ich ja auch noch nichts ab hier ist wieder bei sabana es müsste jetzt langsam wieder da sein moment wir gucken mal mal wie laut gemacht aber nein du hast du hast ihn gekillt gibst du jetzt abbreche ich weiß gar nicht er muss ich bestimmt wieder zurücklaufen naja aber der ist uns doch gefolgt ich dachte der ist dir auch gefolgt so dass jeder sein hat warte mal ich ich muss den ja finden ich stehe doch bei denen ich habe die aufgabe auch naja du kannst es riskieren mit abbrechen naja komm bringt ja nichts abbrechen ist er dann bei dir jetzt wieder aufgetaucht ich darf wieder zurücklaufen bis da wo wir her kamen kannst du die aufgabe teilen wenn jetzt auf der karte guckt ganz oben links rechts in diesem gipfelchen aber warte mal ich laufe schon und das sind ja elite ich habe keinen beschützer dabei ich bin vor allem komplett zurückgeflogen worden in den silberwald ich laufe und laufe man muss gucken wo nicht so viele sind er hat auch noch hunde dabei ja da hat uns doch dieser kung hat uns doch dieser komische typ die ganze zeit beschützt ich habe sowieso schon gewundert weil wir nur einen hatten ich glaube ich bin schon fast da also zwei dritte habe ich schon geschafft so jetzt ist er wieder da ich bin nicht mehr verlassen jetzt muss ich die leiche finden wer hat jetzt angegriffen von wem du kaust immer noch ne ich habe das gehört ach so ne das sind bei mir trockener lücken kann sein dass ich auf meine lücken gerade umgekaut habe so warte mal jetzt komm jetzt töten wir die mal schnell und dann können wir schnell zurück reiten kann man kiefer knacken oder was hat sich viel angehört als gerade irgendwas ist so jetzt sagt auf mountain kommt ihr entfolgte mir ja ja jetzt jetzt folgen sie mir man kann sich nur noch um fünf sechs minuten handeln ach man merkt euch eins lasst nur wie nie als erstes irgendeine aufgabe gemacht das lieber als erstes selber da müsst ihr wenigstens nicht warten jetzt greift mich schon wieder zwei hier an diese npcs die folgen mir auch nicht mal wenn ich da weiterlaufe oder folgen die mir automatisch auch wenn ich an den kampf vorbeiläufe und die kämpfen glaube ich nicht das kann ich gar nicht sagen naja ich bin so dann auf mountain ja wo wir die aufgabe bekommen haben das ist doch doof das hat mir auch die karte gezeigt aber da wusstest du dann jetzt auch wo der weg ist der nach unten führt es wird nicht besser auch wenn es besser reden willst ich versuche doch gute lachen zu verbreiten so jetzt brauche ich noch den weg und auch weder verschwindet gleich wieder so wir ich dachte nur dabei so da gucken wir mal gleich so der weg runter weg runter weg runter und warte raus mit der sprache hoffentlich ist das nicht na gott sei dank jetzt fliegt es noch ungefähr fünf minuten zu mir hin und dann haben wir es auch geschafft dass du auch die verkehrs fertig hast ey das will ja nicht losfliegen macht euch keine Sorgen ach doch er redet noch naja quatsch da erstmal noch da habe ich doch schon wieder direkt schöne überschrift die zerstören oder so das habe ich gesehen wie du deine jungs in den tod geschickt hast die musste ich mal voll veräppeln ich habe letztes mal auch einen voll veräppelt beim skr also kann es durchgehen passiert nichts er geht und tot ganz fies war ja ich war letztes mal in der stadt ich gehe meistens in so einem oder so ein kleines dorf schießt ein zweimal in der mitte mit einer schufende hoch hoffe das paar zombies aber immer auf der hauptstraße dann kommen auch so 45 angelaufen die töte ich dann auch ja und dann kam aber auch ein spieler auf einmal aus dem haus gelaufen und dann war davon zwei zombies umzingelt und wurde getötet der arme gut den ein zombie habe ich noch vorhin erschossen aber den anderen da war er platt und ich war noch so gemein ich habe ihn auch noch seine munition weggenommen bin weggelaufen ja das ist überlebensspiel survival jeder für sich also ich muss feststellen wenn ich mit der gruppe unterwegs bin und wir sind dann immer so 10 12 mannen die dann in irgendeinen bunker rein aus da bin ich schon öfters gestorben als dings auch aber wenn er so mit zehn mann so ein bunker angreist mit den meck weg weg jagen gut eigentlich töten wir so wir sind immer so viel jetzt schießen wir ein paar mal jeder rauf und dann weil der feld auch um so guck mal ich bin noch gleich da das ist nett wie bitte na warte jetzt bin darf ich muss ich die ansprechen wir müssen ihn wiederbeleben wie leben wir denen wieder ich weiß nicht was passiert dass hier gerade er steht doch erlebt doch schon die reden aber bei mir ein doppeltext stimmt ja das sieht lustig aus besser untot als worgen das ist ja praktisch kannst du mich immer mitnehmen oder so ist er denn jetzt wiederbelebt achte wandert hier noch hoch wandert einer auch schon die sind so acht die stehen ja sogar doppelt ist ein anderer jetzt ist die aufgabe abgeschossen aber wir holen uns erstmal einen flugpunkt ja dann kannst du auch eventuell absteigen hast du die aufgabe abgegeben die kannst du aber annehmen hier ist noch eine na dann ist das ding eigentlich schneller als ich glaube ich nicht oder doch ist schneller man hast du auf zwei pferdestärken an der ist ein motorrad so wie viel müssen wir einfach was brauchen wir denn ich glaube das ist für akku aufzubauen ich habe mal ein bisschen was zusammengezogen so sind wir ja auch schon gleich wieder fertig mit der folge so zack und zack und zack also mit dem voll dort nun tut es den rast klappt das eigentlich relativ gut ja das ist echt entspannt so ja warte ich komme du kommst auch schon so dann töten wir sie nochmal schnell alle schon tot so macht das echt spaß bevor man hier irgendeine quest kaputt macht ich erinnere mich noch an so ein haus wo wir auch drin waren und ich wieder mal die quest kaputt gemacht habe ja da hast du sie nur abgebrochen ja genau da habe ich sie abgebrochen und dann war er tot so kann man die aufgabe abgeben da sind wir auch schon fast am ende wenn wir die aufgabe gegeben haben so 24 sind wir fast von uns waren wir können fast 25 ja ja so weil sie dann gleich wieder nach ohrgrämer ja also jetzt wissen wir dann wir sind noch ohrgrämer gegangen für die erholung ich glaube weil wir aufgehört haben müde waren und nur weil wir reiten lernen wollten auch nur weil ich mich hübsch gemockt habe ich habe noch nicht gemacht ich auch oder ja so aber wir haben glaube ich noch einen im land oder ja doch darum müssen wir abgeben aber das können wir ja dann machen wie bitte ja oder so oder so machen wir dann später bis wir das so da dann liegen direkt genau aber dann sage ich euch danke fürs zuschauen lasst kommentare da diesmal vergesse ich nicht ein abo ein like wenn ihr es toll findet lasst uns feedback da ihr seht uns auf jeden fall nächste woche wieder samstag um 11 uhr die erste Folge kommt bei ja Novi jetzt bist du dran Jo genau die kommt immer bei mir was soll ich jetzt mal dazu sagen auf wiedersehen achso und natürlich tschüss ich sag euch auf wiedersehen tschüss 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 tschüss